Ich muss, um eine Beziehung eingehen zu können, lediglich wissen, wer ich bin, nicht wer der andere ist. Ich muss also, wenn ich mit einer Frau spazieren gehen möchte, ich in meinem konkreten Fall, dann muss ich nur wissen, wo kann mein Rollstuhl hinfahren. Ich weiß, bei Vollmond am Sandstrand spazieren gehen wird schwer möglich. Spätestens nach einem halben Meter würde meine Lebensgefährtin, Frau oder wer auch immer, würde sagen, da kommen wir nicht weiter. Es wäre sehr, sehr unangenehm. Wenn jemand sehr schüchtern ist, zu schüchtern, sich anderen Menschen zu zeigen, was braucht er dann? Braucht dieser Mensch den Mut, sich zu zeigen? Oder braucht er lediglich den Mut, dieser Frau oder diesem Mann, diesem Partner, Partnerin mitzuteilen, ich bin schüchtern, übernimm du die Führung.